so meine lieben freunde landes geschehen youtube herzlich willkommen wir machen heute nur eine ganz ganz kleine aufnahme ich guck mal kurz ob mein mikrofonpegel gut ist ja der ist gut das hier wird nur eine ganz kurze aufnahme ja die clanspiele sind geschafft wieder mal noch zwei tage 18 stunden zeit 50.000 punkte wir sind 30 leute und haben es geschafft aber dieses video hier ist mal meinem clan gewidmet denn das sag ich viel zu selten das ist ein sehr kurzes video hier geht es einfach heute nur mal um den clan pektus ja da möchte ich mal ein paar worte zu sagen und vorher natürlich gamesplanet.com meine lieben leute kauft dort eure spiele unterstützt mich es wäre mir eine ehre euch die links in der video beschreibung nahe zu legen damit ihr dort einkauft und mich unterstützt das wäre sonst alles was jetzt an werbung anfällt und jetzt kommt es also wir sind im moment im clan 30 leute davon habe ich natürlich noch ein dritt drei accounts gehören mir also sind wir eigentlich 29 und dann ist noch der kleine mt lucas da dem gehören auch noch vier accounts insgesamt also eigentlich sowieso pi mal daumen schliebe hat auch zwei accounts sind wir wir sind insgesamt zusammen 21 mann sagen wir mal 20 mann sind ja wir sind 20 mitglieder und diese mitglieder sind alle samt die besten die ich kenne ich finde diese truppe die wir haben wir sind ja der clan pektus und mit den leuten zusammen klappt einfach alles ihr müsst euch vorstellen mit 20 leuten 50.000 punkte in zwei tagen ist der hammer und ich möchte mich heute einfach mal bei allen bedanken mt lucas mein zimmstern danke dass du im clan bist danke dass du diesen clan mit deiner anwesenheit bereicherste wiki 1337 auch dir ein ein sehr sehr großes dankeschön dass du den clan bereicherst my protein auch dir danke danke dass du diesen bereicherst serdo du alter mann dankeschön dass du diesen klaren bereicherst ich hoffe ihr seht alle das video ja ich finde eure arbeit super spitze morse dankeschön dass du auch im clan bist und bis jetzt die treu gehalten hast stralexis danke für deine arbeit und deine anwesenheit die for you danke für deine anwesenheit sinny danke dass du da bist und immer 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 wieder gut mitmachst und spenden und alles mögliche was sonst noch dazu gehört labio minus du geiler sack danke auch dir dass du eine gute führungskraft bist und aufpasst dass in diesem plan alles so läuft wie es laufen muss und genau deswegen läuft es auch ich muss ich lobe mich selber hallo mark dankeschön für deine anwesenheit du glänzt wie ein strahlendes ross sonnen licht mein sohn ja ich liebe dich danke dass du da bist und wir diesen clan zusammen machen auch wenn ich mehr spiele als du er spielt minecraft okay abishek danke dass du da bist subi danke dass du da bist der lava und 20 manchmal ein bisschen überspitzt aber danke dass du da bist martin danke dass du da bist und jetzt jetzt im stern pistol cancer die junge dame mit dem rückgrat aus eisen danke dass du da bist holler sack lp wenn du einen youtube kanal hast danke dass du da bist king arthur danke dass du an unserer seite stehst und für das gute kämpfst um die bösen dämonen clash of clans zu besiegen nie meyer junior thank you very much dass du da bist in unserem clan und diesen clan mit deiner anwesenheit bereicherst sage sage danke dass du da bist krios danke dass du da bist levi troll hd danke dass du schon seit anfang an seitdem dieser clan ist dabei bist du bist ein treues mitglied habe ich mein herz geschlebi 82 1.0 danke dass du aus deinem clan zu uns gekommen bist und dich für die richtige seite entschieden hast miro du kleiner hässlicher affe liebe dich danke dass du bei uns im clan bist schade dass du nur 680 punkte geholt hast danke dass du da bist mt lucas mt lucas mt lulu und mt luki habe ich schon am anfang gesagt er mit seinen fünf accounts in einem clan danke an alle leute die hier in diesem clan spiel mitmachen an alle leute die im clan dabei sind ja hier noch mal die ganze ecke die neuen dafür kann ich nicht sprechen wir mögen eigentlich keine neuen wir müssen immer erst mal gucken ob der auch gut ist der muss sich dann erst mal beweisen ja danke dass ihr auf jeden fall alle da seid dass wir diesen clan zu dem machen was er jetzt ist nämlich clan level 5 auf dem weg zur 6 und wir schaffen alles wenn wir zusammenhalten und das tun wir und das läuft super danke danke an alle die bei diesen clan in diesem clan sind und wie gesagt diesen clan bereichern mit ihrer anwesend thank you very much connected und damit bin ich raus bis zum nächsten mal und tschüss